Willkommen bei meinem neuen Video. Wir stellen uns jetzt auf zwei Wasserflaschen. Mal gucken ob ich es schaffe oder nicht. Schreibt es in die Kommentare. Aktiviert diese Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Let's fangen wir auf. Und zum Schluss stellen wir unseren Probierkasten. Um das nicht zu verpassen, lasst gerne ein Abo und ein Like da. So, jetzt fangen wir an. Schaffe ich es? Ja oder nein? Was denkt ihr? Das gibt es doch nicht. Probier das gerne bei euch zu Hause nach. Mal schauen, wer es von euch hingekriegt. Das gibt es doch nicht. Ja, geschafft. Guck. Nächste Challenge. Und der Bierkasten. Ich habe es geschafft, meine Freunde. Abonniert diesen Kanal.